So, wir sind jetzt hier beim Dropshotten auf Barsch und ich will euch mal kurz meine Lieblingskühler vorstellen, das ist zum einen der LG in, keine Ahnung, braun, 3 Inch, fängt fast immer, dann der Whipstick, auch, ich glaube 3 oder 4 Inch, L-White, oder Wide, dann der Harry Mary in Weiß, und zu guter Letzt noch der Shad Impact von Kitech, jetzt habe ich gerade mal einen Harry Mary drauf, habe auch schon den ersten Fisch drauf gefangen und zeige euch jetzt mal meine Führungsweise, jetzt gerade in diesem Fall ziemlich speziell, aber, ach komm, ich zeige euch einfach alle Techniken. Die erste Technik ist, Auswehr zum Grund, die erste Technik ist, den einfach zu jingen, jick, jick, wie ein Gummifisch, das war der erste. Einfach wie ein Gummifisch, ganz normal jingen, wenn es dann halt ein bisschen schwierig, wenn die dann da reinbeißen, so, dann schlägt man oft an und verpasst ziemlich viel besser. So, die zweite Technik, die zweite Technik ist so, das Stumpfeste überhaupt, das kann man dann machen, wenn man eine Kante hoch angelt oder so, einfach V-Lenzen, Kurbelumdrehung, zack, am Grund. Funktioniert, wie ihr seht, habt ihr es gesehen, da konnte ich meinen Anschlagreflex auch nicht unterdrücken, aber der hat trotzdem gerade gesessen. So, das sind quasi einfach die ganz normalen Jick-Techniken mit Dropshot, die funktionieren. Und jetzt zeige ich euch meine Lieblingstechnik, wie ich fast immer fische eigentlich, zu 90% auf jeden Fall. Wie soll man das beschreiben? Also, ich finde, der beste Vergleich ist, wenn man das mit der Tremarella-Technik holt. Ich habe die Angel und schlage immer rein, so. Ich lasse den, schüttel den quasi auf der Stelle und mache dabei eine Kurbelumdrehung, ganz langsam. Und jetzt lasse ich den erstmal, ich schüttel, mache eine Kurbelumdrehung und schüttel den auf der Stelle, lasse ich stehen. Dann mache ich nochmal, dann schüttel ich ihn nochmal auf der Stelle, warte, und dann führe ich ihn mit drei Kurbelumdrehungen aggressiv hoch. Erst langsam auf der Stelle stehen lassen. Und wenn man den erstmal auf der Stelle gestellt hat, dann beschleunigen. Drei Kurbelumdrehungen dabei rütteln und dann stehen lassen. Und dann schlägt er meistens ein. Aber jetzt gerade auf die Jig-Technik, wo ich das gezeigt habe, jeweils einen Biss gekriegt, werde ich versuchen, den jetzt nochmal ein bisschen ruhiger zu führen. Man muss halt immer gucken. Manchmal ist eine ganz ruhige Präsentation gefragt und manchmal ist eine übertrieben schnell aggressive Technik gefragt, die man überhaupt nicht mit dem Dropshot in Verbindung bringt, weil es halt so schnell ist und man dann halt auch Strecke absuchen kann mit dem Dropshot. Ich glaube, wenn man da ein schweres Blei ranmacht, ist quasi wie ein Soft Jerk, nur am Grund geführt. Oh, das ist schön. Das ist schön nochmal. Das ist gut. Ja, ja. Ah, das haarige Mariechen. Voll weggeblasen. Starker Fisch. Jetzt ist das Wasser auf die Kamera gespritzt, Schatz. Jetzt muss ich das erstmal wegmachen. Der Harry-Mary fängt natürlich auch nicht an allen Tagen, aber der kommt eigentlich beim Dropshot-Angeln im Laufe des Tages immer dran und oft ist es halt so, dass ich den dann auch gar nicht mehr abmache, weil das ist gerade eine geile Farbe. Gerade der helle, imitierten Weißfisch. Das fressen die Barge einfach. Ja, das muss man halt auch nicht unbedingt. Das ist auch ein sehr klarer See hier. Sichttiefe, teilweise bis vier Meter. Kann man auch locker einen weißen Köder fischen. Wir haben hier lehmigen Grund. Wenn jetzt sandiger Grund wäre, dann auch mal das braune Modell ruhig. Aber immer schön auf der Stelle zubbeln, zack, zack. Wie Tremarella. Ding, 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 ding. Ah, noch ein kleiner. Noch mal runter lassen. Vielleicht steigt er noch mal ein. Er steigt noch mal ein. Das ist natürlich ein saufrecher Köder. Er ist ein absoluter Standard-Köder zum Dropshot-Angeln. Viele und auch große Barsche zu fangen. Die größten Barsche waren so ungefähr 45 auf den Köder. Ja, aber auf meine tote Rute beißt hier gar nichts. Egal. Solange die eine hier fängt. Immer schön zubbeln auf dem Grund. Wenn man das Gefühl hat, man kriegt einen Schnurschwinger oder einen Schnipser, der Barsch ist also da und ist halbwegs an dem Köder interessiert, dann lasse ich ihn auch oft gerne auf der Stelle stehen erstmal, um ihn zu reizen. Aber sonst fühlt das relativ schnell, das Dropshot-Drick. Aber es ist wie gesagt Tagesform. Es sind halt Barsche, ne? Es sind Tagesformabhängig. Manchmal muss man ganz leichte Zitterbewegungen und manchmal muss man den so aggressiv jicken, dass der schon so Sprünge von einem Meter auf dem Grund macht. und das reizt dann erst zum Anbiss. Nachher 2, 4. Nachher 3, 5. Nachher das 2, 5. Nachher 3, 5. Nachher 3, 5. Drei, 3. Nachher 4, 5. 5. 5. 46. 7. Ach der Hänger, schon wieder runtergelassen und noch mal reingetockt. Und der Harry-Mary ist auch echt kein Deutsch zu groß. Das war das dritte Mal jetzt. Komm. Auch meine tote Rute, die ist hier direkt daneben, beißt nichts. Na ja, ich werde jetzt noch den drei, vier bissen. Der Köder hängt noch gut drauf. Und wo man einen guten Barschtag erwischt, muss ich auch sagen, ist der Köder relativ resistent. Und hält ungefähr, würde ich mal so schätzen, so zwischen 20 und 40 Barsche aus. Muss. So. So. Vielen Dank.